winter heiz schon wieder ein viel geflohen natürlich nur 800 dafür bekommen dann auch schon wieder so sind es die tollen von 1000 ep dafür links das will ich haben die ganzen schatztruhen das wird wahrscheinlich schwierig daran zu kommen aber so wieder mal 1000 füße erledigt und schon kommen die nächsten ja super wenn es bei jedem schritt fischer ankommen werde ich schneiden zum glück nicht mit dem mittel handschuh die mittelachs war ich eigentlich gar nicht anziehen ich wollte das wunschwert so optimal 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 okay was wer kann nicht getragen werden wahrscheinlich und irgendeine alte wo ich 99 stück habe was wer war warum aber was ist das denn sie ähm ähm äh 1 rm 90 damage aua du tust mir weh ja du bist aber schnell tot 1455 g mehr kann nicht getragen werden 1.525 g das ist eine alte alten sie oder was und ich war natürlich so schwer und habe 99 stück konnten fast jeden gekauft ne super toll 1.060 g mit schilds mit real axt habe ich schon steht habe ne ich wollte ich heute gesagt und schwert wahrscheinlich noch mal die treffergeschwindigkeit level ab level ab level ab schon 45 gut dass ich noch mal gegründet habe das ist hier gründet genug so ich muss mal wieder heilen war eigentlich würde ich ihnen nicht aber egal so ich noch mal und ich noch mal und ich noch mal so und darfst du dich mal wieder verbrauchen so das dürfte erst mal wieder genügen ich habe da genug angekauft so weiter habe das gefühl dass das hier im geben ist ein ineffektiv ist was ich mache kommen da links irgendwie lang zu viel level abs verdammt ich verlaufe ich hier total also fast so schön wie die terrahöhle hier echt ep hake jetzt hier und gil hake jetzt hier ohne ende und gegner wem verwundert es ist wein für diese 1 was habt ihr gedacht das wird noch mehr werden irgendwann mal wenn die vier nicht immer fliegen würden die sind 1000 füßler wäre das ganz schön so ach hier war ich doch schon mal ich leide raus feuerhydra gehen wir aus den weg du bist du bist du keine ausforderung nein hier war ich schon mann 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 das auch nicht nicht lustreßt man da ist jetzt fünf menno ich dachte mal hier geht's lang aber nein die viecher nerven nein ich wollte eigentlich erst dahin so ich habe gleich mal eine batterie von kontroller bezorgt war der nämlich schon geschwächt hat gott die liebe träge her ich war ja 307.000 billen das ist nicht normal wo geht es eigentlich schon hier runter hin wir laufen zu viele gegner herum ich dann erst dass ich jetzt hier und sonst rum gelaufen bin oder dafür könnte ich mich jetzt echt in den arsch weisen naja was haben denn hier drittes unter geschoss unter meiner rechts wie viel abherme noch noch im positiven bereich des möglichen noch mehr gegner toll schön um die ep aber langsam nervt auch wenn man ständig angegriffen wird mama mia ich weiß gar nicht habt ihr die hunde schon gesehen und gucken nee also das nächste mal was hatten kälte in hafgut nur gut ich habe hier wieder durch oder geht es noch mal runter juhu wird es unter geschossen endlich waren die fehler ich komme mir vor minecraft verdammt mein kraft zu viel aber war schwächige gegner aber zu viel aber das macht mehr angst wenn ich heute richtig gehe gehe ich jetzt hoch mit das was das ich jetzt hier am dritten und ober geschoss bin und der geschoss noch gut dass sie einfach nur einen schaden macht ich habe das gefühl dass ich im vorkommen falsch bin irgendwie man die ganzen gegner diese ganzen gegner das gibt es nicht und mich aus der gase super ich habe mein lieber ansonsten sterben die mir irgendwann noch da verbrauche ich ja mehr ein bisschen mp ich habe nun der weiß gott mehr als genug äther 95 schmerzt dass ich alles habe ich glaubt irgendwann mal verbrauche naja AAA Starsить wir התet gerechnet wird ein scheiße immer zu Recht die ganzen gegner bin ich Das sind mir zu viele Gegner. Feuerechse. Aha. 2771 Erfahrung. HP Sun 690. Schwäche für die Immunhitze. Na gut. Ähm. Frontierndot. Dummels Vieh. Und tschüss. Teddy macht dich mit 10 Schlägen fertig. Der ist im Bar. Da war ich doch schon mal hier. Oben. Oder. Trittes Untergeschoss. Ähm. Hier war ich doch schon mal. Level up. Level up. Level up. Level up. Level up. Irgendwann sind sie Level 99 beim Endboss. Wollen wir wetten? Na gut. Nur wenn sie drauf trainieren. Mein Kehl ist schon mehr drauf. Nicht mal so kurz was trinken. Ah. Puh. Schon besser. Schon viel besser. Das ganze labern. Wird einem die Kehl getrunken. Na gut. Ich hätte mir halt deshalb wieder aussuchen dürfen. Ich bin froh, wenn ich das Spiel hier durch habe. Ganz ehrlich. Dann kommt Final Fantasy 2. Das wird auch nochmal ein... Nochmal ein... Äh... Ein Fiasco mit dem Level-System dort. Und dann Final Fantasy 3. Das ist auch ein Wunsch-LP. Das ist auch ein Wunsch-LP. Ich habe noch... Ähm... Naja. Geht noch. Geht noch. Das halten die noch durch. Wenn ich hier mal wüsste, wo es mal lang geht. Das gibt es doch nicht. Wo geht es denn hier nach? Was muss ich ja machen? Ähm... Das lohnt sich jetzt nicht den Kampfs zu schneiden. Eigentlich lohnt sich auch keinen Kampfs zu schneiden. Au, au, au. Das war jetzt der Gasse. Irgendwo muss es da doch weitergehen da unten, oder? Na ja. Geht mal einfach aus dem Weg. Ihr seid eher allzu schwach. Aua, 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 aua. Ja, ja. Feuer, Hüttröckchen. Aua, 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 aua. Aber ich muss es doch weitergehen. Das gibt es doch nicht. Was? Feuer, Kigas? Ähm... Na gut. Auch in einer Runde down. Aber, verdammt viel Geld. Wir haben schon wieder 326.000 Euro. Oh Gott. Viel zu viel. Die Beträge bin ich gar nicht gewohnt. Später in der SS hat sich das alles ausgekriechen. Da haben wir dann nicht mehr so viel Geld. Besonders ein Feind finden Sie 8. Da würde ich wahrscheinlich immer unter Geldmangel leiden. Wollen wir wetten? Ähm... Geht mir doch auch noch aus dem Weg. Mann, ich will den zweiten Endboss hier... Ja, den Endboss in den Dungeon nicht kalt machen. Gibt's doch nicht. Wo gehst du denn hier lang? Das finde ich aber vollkommen falsch. Fuck. Mama mia. Wie, Gra, einfach mal.